Nur diese beiden Schutzmasken sind in der Engel-Apotheke in Freising übrig geblieben. Die brauchen die Mitarbeiter allerdings selbst für die Herstellung von Arzneimitteln. Die Nachfrage ist seit dem ersten Coronavirus-Fall in Deutschland stark gestiegen, sagt die Betreiberin Ingrid Kaiser. In vielen Apotheken sind Schutzmasken für Mund und Nase ausverkauft. Hundertprozentigen Schutz bieten sie allerdings auch nicht. Wenn sie mit einem Corona-Kranken im Raum sind, nach einer Viertelstunde nützt auch der Mund nicht mehr, dann kriegen sie auch so die Viren ab. Es ist ja auch nicht so, dass jeder erkrankt daran. Das hängt ja auch mit dem Körper- und dem Immunsystem zu tun, dass man das einfach ein bisschen stärkt. Häufiges Händewaschen, das empfiehlt der Bayerische Apothekerverband. Dies sei aber in Anbetracht der Grippewelle überall und jederzeit angeraten. Ich habe persönlich nicht so große Angst vor diesem Virus. Das haben wir jetzt ja wieder mit der Vogelgrippe, mit der Schweinegrippe und so weiter. Also gesunde Sorgfalt, allgemeine Hygiene, wie bei jeder Erkältung oder Grippe. Das heißt, dass ich sie nicht anniese oder wenn ich niese, dass ich die Armbeuge mache, wenn ich keine Taschentuch zur Hand habe oder auch beim Husten, wie ich danach die Hände wasche. Eine Impfung gegen das Coronavirus gibt es derzeit nicht. Viele meiden deswegen Reisen in das Ursprungsland der Krankheit China. Wegen sinkender Buchungszahlen, sagte Lufthansa alle Flüge bis zum 9. Februar ab. Zuvor hatten bereits Fluggesellschaften wie American Airlines oder British Airways Verbindungen nach China gestrichen.